Haben die eben den Raid gewonnen oder verloren? Die haben den gewonnen. Also haben die auf jeden Fall auch lohnenswerten Stuff bei sich drin, ja? Joa. Okay, nice. Ich denke auch, die haben das ganze Wohnmuster jetzt. Ich hab den Marker, der ist perfekt. Okay, Jungs. Ich geh kurz die MLRs vor. Hast du auch schon? Ah, musst du noch. Okay, hier ist ein Pferd auf jeden Fall. Die starten grad was, aber ich weiß nicht was. Kann sein, dass die nicht mal zu Hause sind, wenn wir gehen sollten. Aber... Das ist nicht schlimm. Ja, warte mal. Wenn die jetzt irgendwie was starten... Ist doch gut, aber wir rein. Nicht, wenn die jetzt hier hinkommen oder so, ne? Ja, wäre eigentlich scheiße, wenn die nicht zu Hause sind. Weiß ich nicht. Also es war von Rockets. Die werden ja... Die werden doch bestimmt kommen. Ja, was ist denn, wenn die jetzt hier hinkommen und uns counterraiden? Das kann ja auch sein. Das heißt, wenn die jetzt Rockets schicken, dann... Die sehen die Rockets... Ja, aber die haben ja jetzt... Die haben ja auch voll viel... Aber die haben ja todesviel Buben gerade. Wisst ihr, was ich meine? Kann sein, ja, kann sein. Das stimmt schon. Die haben ja von dem anderen Raidern... Ja eben, nicht, wenn die den jetzt nutzen, um euch hier quasi abzufacken. Und genau zu uns zu kommen. Naja, wenn die das jetzt halt durch Meta-Shit und sowas schon wissen, wisst ihr? Dass wir zusammenarbeiten. Ja, aber lass uns einfach durchziehen jetzt. Wir können jetzt nicht sagen, ne, machen wir nicht. Wir müssen durchziehen. Ne, wir müssen jetzt durchziehen. Ich schwöre es euch, wenn die die MLS Rockets zu ihrer Base fliegen sehen, dann werden die umdrehen. Ja, glaub auch. Wir können ja nicht alles in der Film haben. Ja, ja, ja. Bindestens Tapsi wird dann callen. Ey, ihr werdet's? Oha, Bruder. Jetzt geht los, ihr Salome. Ich hab ein bisschen wenig Munition, guys. Guckt euch an, Junge. Ihr scheiß Panzer, Alter, da drinnen sitzen. Ey, nur das jetzt ganz kurz wisst, Chat. Ich schaue jetzt gerade nicht mehr in den Chat, ne? Den Chat die ganze Zeit geschlossen. Ich mache zwischendurch auf mit einem Hotkey. Ich schaue gerade nicht rein. Nur, dass ihr es wisst, ja? Ich hab keinen Bock auf Meta-Vorwürfe und sowas. Ich lese hier auch gerade nicht, was drinsteht, okay? Also, alles entspannt, okay? Oha, Bruder, warum dieser Baum? Oha, Bruder. Halbe Ferrari. Fahr das Filzschwein um, die Sau. Fahr um, die Sau, ja! Genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Spieler nach vorne rechts, Spieler nach vorne rechts, kommt angelaufen. Sollen wir schießen? Der ist nach vorne rechts, der ist nach vorne rechts am Staunen. Ja, ich schieße einfach. Warte. Ja, ich schieße. Der trifft halt gar nichts, der Typ. Hat der einen Todeswunsch, äh? Der trifft krass. Ich habe halt keine Bolt, ich kann gerade nichts machen. Ja, ja, scheiße. Okay, der geht Bescheid sagen, der geht Bescheid sagen. Das wird so geil. Da kommen sie. Da kommen sie. Oder? Nee. Wir müssen eigentlich von da kommen. Ich denke, alle warten wie so behindert auf diese Raketen. Es geht los. Wo bleiben die Rockets? Es geht los, komm jetzt. Die kommen jetzt. Let's fucking go, Digga. Wo sind sie? Die Rockets, komm. Ja, okay. Ich komme in den Garten, schlange, oder? Du musst noch motivierst. Ich hoffe, ihr schreit immer noch rum, wenn ihr reingeht. Ihr hört sie, ihr hört sie jetzt, ihr hört sie. Komm, die kommen jetzt. Da. Das war eine Riesenexplosion. War das bei unserer Base? Ja, das ist ja jetzt doof, wenn das bei unserer Base war. Wieso brennt denn... Oh nein, das ist das Codewort für ganz scheiße, ist am Laufen. Ja. Let's go! Es ist hakt, es ist hakt. Geil. Geil, geil, geil. Lädtert erst mal hoch, muss ich sagen. Lädtert erst mal hoch. Ist die gar nicht da? Ich verpreise es nicht. Hä, hallo? Aber Lädtert erst mal noch hoch, wenn ihr könnt. Sehr cold hier, Jungs. Da wird schon keine Lädter mehr. Hier ist offen, hier ist offen. Ich gehe full-lieb. Okay, genau. Ist echt oben hoch? Ist ja. Hä, wo sind die? Wo ist der cold, sein Vater? Wo sind die? Wo sind die? Oh mein Gott. Über-cold. Ey, aber die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Wir brauchen... Ja, aber Garage ist da. Ja, der Tank geht vor. Der Tank geht vor. Ah, Garage. Okay, okay. Hä, wenn die nicht da sind, sollen wir die echt offline raiden? Sind die nicht Base? Hä? Hä? Machen Überraschungsangre. Warte mal, was ist, wenn die uns jetzt gerade raiden? Ich glaube nicht, dass die offline sind, aber... Bruder, ich erfriere. GroKo, wir erfrieren. Ja, ich habe auch Kälte. Was ist das, Digga? Kälte ist ein Vater, Bruder. Da kommt Boot, da kommt Boot. Das sind die. Okay, Attacke, Attacke. Jalla, jalla, jalla. Versteckt euch. Ey, Kälte fliegt anders. Das tappt sie, das tappt sie. Das ist... Die schießen auf uns. Die sind auf dem Dach. Das sind drei Stück. Ja, toll, Digga. Es wird schon geschossen auf uns. Ey, ich habe einen gehintet. Oh, die sind mit Fuchs. Die sind mit Fuchs. Auf 130. Wir müssen drinnen, drinnen, drinnen. Hinten, Sam, D. Spieler von hinten, Spieler von hinten. Vorsicht, 220. Da unten läuft einer. Da unten läuft einer. 190, 190. Kommt nicht rein, kommt nicht rein. Soll es tankt vor? Bei unserer Base? Bei unserer Base, bei unserer Base. Wir dürfen nicht sterben, actually. Ey, ich zass, wie sie sich auf Fri hier gefühlt, ne? Ich habe auch nichts auf Range. Zieh was aus und bleibst nicht. Oder zieh sie untere Teil. Einer hat Hint ganz hinten. 250 sind zwei Spieler. Die gehen zu unserer Base. Die, die full kill sind, zieht erst mal killed aus oder so. Bis bisschen... Bevor full action. Die gehen zu unserer Base. Wir sind fucked. Wir sind fucked. Gehen die anderen nicht mehr, oder höre ich die? Nein, nein, die kommen nicht. Ich denke, die Kroko reviert uns nicht mehr. Die gehen rüber zu unserer Base. Die gehen rüber zu unserer Base. Das zerstört unsere Betten. Das zerstört unsere Betten. Das meint ihr. Das ist ein Abflug. Sollen welche die Base-Cup angehen? Ja. Müssen wir. Sollen wir die Base-Cup angehen? Ich bin ein Abflug. Anruft. Anruf. 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 Kilo, krieg ich ne Bolt? Krieg ich ne Bolt, Fettlo? Okay, warte, warte. Schieß gleich von links nach rechts zu dieser Dingerfalle. Flamesfrauerfalle. Wenn wir sterben haben wir ein Problem, ne? Ansonsten gehen wir nicht. Dinger, Semi. Boah, Alter, das ist krass. Von hier die Semi anschließen, bitte. Warte, 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 von wo? Wo sind die? Genau, von links. Die Falle, die Falle da. Ja, alles gut. Wo ist die andere? Wo ist das? Oder was macht ALT denn da, holy shit? Es gibt keine andere, es gibt keine andere. Das ist so heftig. Nein, nein, nein. Hat sehr viel kassiert? Ja, das macht keinen Schaden. Ich kann als Tank vorgehen sonst. 93. 93. Er schließt gegen diese Tür mit deiner Ex-Flo-Emmo jetzt. Ey, Irms halte mich zurück, du spielst direkt. Was? Ey, Philo, hast du ein bisschen AR, wo? Bisschen AR, bisschen AR. Nice, wir sind. Okay. Vorsichtig mit der Turret von links, die Turret. Ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Ja, bitte, bitte Strom kaputt, Strom kaputt. Sehr smart. Die Batterie geht, die Batterie geht dadurch leider nicht alle. Die Batterie geht dadurch leider nicht alle. Die Batterie geht dadurch leider nicht alle. Wer ist das? Wer ist das Taps für unserer Base? Dann können wir mal reingehen wieder. Preview und alle, zu 8. Ja, 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 die sind zu 8. Komplett, ey, 8 Full-Sets mit Bolts und sowas. 20 Minuten vor dem Serverende, nachdem wir einen riesigen Kampf hatten. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, wo machst du denn? 8 Leute, 8. Das ist Eifat. Die haben, die sind insgesamt, haben insgesamt 20.000 Stunden gefühlt. Zu 8. Ich logg mich aus, Leute. Du kannst dich hier auslocken, wenn du möchtest. Ja, das ist gut eigentlich. Das ist voll smart. Fahrt ihr, soll ich runterkommen? Nein, nein, da ist noch eine Falle. Ich weiß nicht, ob ich hier so weit werken kann. Das ist mein Problem. Wo ist die Falle? Hier rechts, ne? Von mir. Pass auf, wenn du hier jetzt kommst. Du kannst jetzt kommen, äh... Kroko, lass dich rechts runterfallen. Doch, die hat Munition. Oh mein Gott, gerade gesagt. Revi, du kannst zu mir kommen auf die Etage. Okay, wir gehen auch runter. Sieht hier aus, ne? Wir müssen weitermachen. Wir können Zeit verschwenden. Okay, Kroko, komm mit mir in die Ecke. Revi, auch. Komm her. Soll ich mit drauf schießen? Soll ich mit drauf schießen? Ja. Guck mal, hier sind vier Wände. Du schießt genau hier in die Mitte. Ich schieß nochmal vor. Okay, weg da, weg da. Kroko, weg da. Kroko, weg da. Okay, drei, zwei, eins, weg. Gib ihm. Einfach, gib ihm. Einfach, gib ihm. Genau. Ja, Kilo, warte noch einmal. Revi schießen lassen, dann kannst du runterkommen. Sehr gut. Okay, okay. Wir machen dasselbe nochmal. Wir machen dasselbe nochmal. Drei, vier, eins. Da kommen wieder Spieler. Leute, der Taxi und so kommt wieder. Aus Süden. Ja, okay, okay. Nochmal drauf, nochmal drauf. Levi nicht schießen. Levi nicht schießen. Nein, okay. Du hast auf, du hast auf. Pass auf. Lass die Tanks vor, Bro. Lass die Tanks vor. Okay. Alles gut. Er soll wieder schießen. Levi, du darfst noch einmal schießen. Ich killte gerade, ich killte gerade Snipes. Ich killte gerade Snipes. Ich killte gerade Snipes. Auf, auf, da wo eben, äh, hier, ne? Geht drauf. Perfekt. 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 Du hast gestorben getötet. Ach Junge, er ist mir reingerannt, Bro. Digga. Wie viele Rockets habt ihr noch? Wie viele Rockets habt ihr noch? Zwei. Okay, sehr gut. Wir brauchen jetzt einen Rockets an Einsatz. Gegen die Garage Door. Wohin? Vor die Garage Door. Ich schieß nochmal. Ja, einfach vor die Garage. Ich schieß nochmal. Ja, einfach vor die Garage. Hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo? Was macht ihr? Hallo, Max. Hallo? Okay. Wir kommen gleich wieder auf irgendeine Tür vor uns, glaube ich. Pass auf. Weiter verschießen wir gerade vor uns. Der Panzer kommt. Wollen wir jobben? Okay. Wir haben eigentlich noch... Da ist halt... Da ist halt Main Loot. Kommen jetzt ein paar mehr? Wir brauchen eine Rocket, wo Coco liegt, aber Coco muss sich kurz looten und dann weggehen. Dann sind wir durch. Die haben 20.000 Spielstunden. Was? Was? What the fuck? Die kommt zu acht, nachdem wir den ganzen Tag gekämpft haben und alles angefragt ist. Ohne... Ich bin echt geschockt gerade. Ohne reden. Nackt laufe ich da rein. Sauer, die alle sind neu. Die sind alle sauer. Das ist der Untermann in Schwarz. Okay, okay. Echt? Cut sie, Babe. Ja, ja, los. Ey, das hatten wir eben auch schon mit Roll hier. Kommt runter. Kommt, die Leute haben so... Warte... Warte... Nein, Coco! Coco, dein Ernst? Nicht so... Digga, ich hab's halt... Ich hab's halt erfahren, Digga. Coco! So nicht. Nein. Wo? Ist dead, ist dead, ist dead, ist dead. Ist tot, ist tot, glaube ich. Schau mal, jetzt hat das Spiel gelöscht. Ich hoffe, du wirst verstehen. Hä, seid ihr dumm? Das ist das Game. So spielt mal das Spiel, ja. Das ist... Das Spiel funktioniert ja so, ne? Ja, so wie wir das gespielt haben. Revi übertreibt, Zitat Ende. Revis Team macht immer alles kaputt, Zitat Ende. Hä, ich hab ja gar nichts gemacht. Es war auch alles regelkonform, oder? Ja. Ja. Diese einmalige Alliance ist absolut regelkonform. Okay, Jungs. Ich hau da mal rein. Wir sehen uns morgen, ne? Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020